Das Season 1 Update ist da und wir schauen uns jetzt erstmal die neuen Inhalte an, dann gucken wir uns an, was bei Warzone gemacht wurde, dann gucken wir uns die Waffenänderungen an und dann schauen wir uns noch an, was geändert wurde am Multiplayer an MW3. Für den Multiplayer sind zwei neue Karten online gegangen, Meet und Grease, beziehungsweise es gibt noch eine dritte Karte für Feuergefecht. Feuergefecht ist jetzt nämlich auch da und mit Feuergefecht die Karte Training Facility. Dann gibt es zwei neue Streaks, die EMP-Streak mit 13 Kills und den Swarm aus Black Ops 2 mit 15 Kills. Auf das Ding freue ich mich. Das war so eine geile Streak in Black Ops 2. Ich bin sehr gespannt, wie das Ding abgeht in MW3. Und dann gibt es im Multiplayer eine neue Weste, von der ich nach wie vor nicht begeistert bin. Die Assassinenweste, die sorgt nämlich dafür, dass man Geist hat, aber man muss sich nicht bewegen. Und das Tolle an Geist in MW3 ist ja gerade, dass man damit nicht beschützt wird, wenn man kämmt. Und die Weste, die macht das jetzt. Das ist eine richtig komische Entscheidung von Sledgehammer Games, die irgendwie nicht so richtig in die Philosophie passt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Dann gibt es drei neue Waffen. Die sind jetzt über den Battle Pass verfügbar. Die RAM 7. Eine AR, die sich wirklich so ein bisschen spielt wie die RAM 7 aus MW 2019. Ich konnte die Waffe schon testen und das Ding macht schon Spaß. Dann kommt die XRK Stalker. Das ist eine Sniper, die ich nur ganz kurz gespielt habe, aber da hat sie sich auf jeden Fall gut angefühlt. Und es kommt der Stormender. Das ist ein Werfer, der ja recht präzise kleine EMP-Schüsse abgibt. Und das Ding ist richtig witzig. Das habe ich ein bisschen spielen können auf dem Event bei Sledgehammer Games und ein bisschen testen können. Und damit kann man wirklich Leute auf Entfernung snipen. Also die sterben dann nicht. Die sind nur kurz vor einem EMP getroffen. Aber das ist schon wirklich lustig. Also das Ding ist einfach eine spaßige Waffe. Keine Waffe, die in irgendeiner Weise OP ist, aber eine spaßige Waffe. Und dann gibt es zum, ich glaube, ersten Mal einen Aufsatz im Battle Pass. Und zwar einen Flammenwerfer. Aber wir müssen da keine Angst haben. Sledgehammer Games hat schon bestätigt, dass das einfach ein Spaßaufsatz ist und kein Aufsatz, den man irgendwie mitnehmen muss, weil er so stark ist. Und wenn wir schon bei Waffen sind, die Priceless-Tarnung und die Interstellar-Tarnung, die sind jetzt ein bisschen schneller animiert. Und ich glaube, das gilt auch für den Multiplayer und für Warzone. An Warzone wurde richtig viel verändert. Das gucken wir uns gleich an. Davor schauen wir uns allerdings an, wie man mehr FPS bekommen kann in Warzone und in MV3. Das ganze Gameplay im Video habe ich übrigens mit meiner neuen Grafikkarte von Nvidia erspielt. Mit der Gigabyte GeForce RTX 4080 16 Gigabyte Gaming OC. Vielen Dank an Nvidia, Notebooks billiger und Gigabyte fürs Zuschicken. Ich meine, schaut euch dieses wunderschöne Gerät an. Sieht wirklich gut aus und performt auch richtig gut. Und mit der Grafikkarte habe ich zwei Features, die ich aktivieren kann. Nvidia DLSS 3.0 und Nvidia Reflex. DLSS 3.0 ist mit den 40er Karten von Nvidia verfügbar und sorgt dafür, dass man eine bessere Performance hat. Durch die Kombination von Super Resolution und Frame Generation. DLSS aktiviert man einfach im Menü in den Grafikeinstellungen und dann kann man zuschauen, wie die FPS nach oben gehen. Das passiert durch Super Resolution. Da wird das Game in etwas geringere Auflösung gerendert. Durch AI dann hochskaliert auf den speziellen Tensor-Cannon. Die Bildqualität ist dann wieder top. Aber die Grafikkarte hat ein bisschen mehr Luft, um noch mehr Frames rauszuhauen und die Performance geht nach oben. Neu mit dabei bei DLSS 3.0 ist dann die Frame Generation. Da werden komplett neue Bilder generiert in der Qualität der Originalbilder. Das wird gemacht, indem das Bild davor angeschaut wird, das nächste Bild, was das Game ausspuckt an Daten und es wird ein Optical Flow Field erstellt. Da wird einfach geschaut, in welche Richtung sich die ganzen Pixel bewegen. Und dann hat man nochmal eine bessere Performance. Außerdem ist es so, dass sich DLSS 3.0 gerade dann anbietet, wenn man Spiele spielt, die von der CPU eingeschränkt werden. Und wir kennen Warzone, da ist das meistens der Fall. Das heißt DLSS 3.0 und die 40er Serie von NVIDIA ist perfekt für Warzone. Und was ihr auch noch unbedingt aktivieren solltet, ist NVIDIA Reflex. Das sorgt dafür, dass der System-Lag reduziert wird, also wie lange das Game braucht und der PC braucht, um eine Eingabe mit der Maus oder mit einem Controller im Spiel umzusetzen. Und mit NVIDIA Reflex arbeitet die ganze Hardware perfekt zusammen und der System-Lag kann um bis zu 28% reduziert werden. Auch eine Sache, die man auf jeden Fall will. Mehr Informationen gibt es in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Klickt euch auf jeden Fall rein. Warzone wurde dann wirklich krass verändert. Es gab über 40 Quality-of-Life-Änderungen. Dazu habe ich ein Video gemacht, das ist gestern online gegangen. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt euch da auf jeden Fall nochmal rein. Die Highlights sind aber auf jeden Fall, dass man jetzt immer eine Pistole dabei hat. Wenn man schwimmt, dann wird die automatisch in die Hand genommen. Man braucht kein spezielles Wasser-Loadout mehr. Sehr gut. Waffentuning wurde komplett entfernt. Finde ich auch wirklich gut. Ich finde persönlich, das hatte nie wirklich Platz in Call of Duty und ich werde das auf jeden Fall nicht vermissen. Die roten Punkte sind wieder zurück auf der Minimap, wenn Spieler ohne Schalldämpfer schießen. Auch eine coole Änderung und eine Funktion, die wir natürlich hatten bei WoWzone 1. Dann gibt es im Rucksack spezielle Slots für Munition. Also die Munition wird nicht ganz normal mitgenommen, sondern die kommt da rein und man muss nicht mehr irgendwie Management betreiben, wenn man was mitnehmen will und so viel Munition dabei hat. Die Gasmaske, die lässt sich jetzt manuell aufsetzen und absetzen. Der einzige Nachteil ist, dass es für die Gasmaske keinen speziellen Slot gibt. Die kommt einfach in das normale Inventar und nimmt da Platz weg. Aber ich denke, das ist okay für diese Funktion. Und dann ist es außerdem so, und das ist auch eine krasse Änderung, dass Overkill jetzt immer aktiv ist. Also Overkill ist kein Extra mehr, sondern einfach immer aktiv und das bedeutet, dass man direkt beim Klassenbauen eine Klasse erstellen kann, die zwei Primärwaffen dabei hat. Also eine MP und ein Sturmgewehr, ohne dass man diesen einen Extraslot benutzen muss für Overkill. Und dann gibt es wirklich interessante Änderungen am Schaden. Eine Änderung, die sich, wie ich finde, wirklich gut anhört. Es gab Änderungen an den Schadensmultiplikatoren. Wenn man Headshots trifft innerhalb von Call of Duty, dann wird der Schaden von der Waffe mal genommen mit 1.3 zum Beispiel. Und damit hat man natürlich einen höheren Headshot-Schaden. Und das kann sich teilweise komisch anfühlen. Waffen, die vielleicht eigentlich ganz normal killen, können mit einem zu hohen Headshot-Schaden dafür sorgen, dass sie plötzlich random absolute Laser sind und man stirbt dadurch komisch. Und das ist dieses große Problem, was wir immer hatten bei MB2 zum Beispiel und jetzt eben auch in der Vergangenheit in Warzone 2. Und das wird geändert. Die Schadensmultiplikatoren, die werden anscheinend komplett runtergeschraubt bei ganz, ganz vielen Waffen. Und dadurch sollte sich auf jeden Fall das Schadensgefühl wesentlich besser anfühlen und gleichmäßiger anfühlen. Und es gab auch noch eine Änderung am Multiplikator für Arme. Und das war anscheinend ein Problem, wenn Leute direkt vor einem gestanden sind und auf einen geschossen haben. Die hatten ja dann die Arme vor dem Körper, weil man da ja die Waffe hält. Und dadurch ist es teilweise so gewesen, dass man diese Arme die ganze Zeit getroffen hat und dadurch einen geringeren Multiplikator hatte, als wenn man den Oberkörper trifft. Und man schießt eigentlich auf den Oberkörper. Da sind halt die Arme davor. Und das kann sich dann natürlich auch extrem komisch anfühlen. Man hat dann das Gefühl, okay, ich war doch die ganze Zeit drauf, aber irgendwie hat man keinen Schaden gemacht. Und das wird auch verhindert, indem jetzt der Multiplikator bei Armtreffern genauso hoch ist wie bei Oberkörpertreffern. Also ja, das Schadensmodell sollte sich allgemein viel, viel besser und gleichmäßiger anfühlen nach dem Update. Eine wirklich coole Änderung von Raven Software. Dann haben wir natürlich eine neue Karte, auf der wir spielen können. Hier spielt man nur in Anführungszeichen mit 100 Spielern, aber Raven Software hat bestätigt, dass das Pacing vom Game anscheinend trotzdem sehr schnell sein soll. Wir wollen ein Fast-Paced-Battle-Royal und die Karte, die ist 20% kleiner und die Kreise gehen schneller zu. Bei Woz und 2 hat eine Runde anscheinend ungefähr 27 Minuten gedauert und jetzt nur noch 20 Minuten. Also obwohl wir weniger Spiele haben auf der Karte, sollten die Runden schön schnell sein, was ich gut finde. Dann kommt natürlich das Movement aus MV3 rüber zu Warzone, was ich wirklich gut finde. Verkürzte Animationen, schnellere Animationen, alles dürfte sich jetzt viel besser anfühlen. Und wir bekommen natürlich auch die ganzen MV3-Waffen. Das heißt, die MV3-Waffen, die wir jetzt hochgelevelt haben in den letzten Wochen, die können wir jetzt in Warzone testen. Neues Equipment gibt es auch. Die Breacher Drone aus MV3 kommt rüber. Dann kommt die Scattermine rüber. Diese Mine, die man hinwerfen kann, die dann einfach direkt explodiert. Es kommt eine EMD-Granate. Das ist eine Granate, die getroffene Gegner für kurze Zeit auf der Minimap anzeigt, was sich ganz cool anhört. Und dann kommt die Thermobaric-Granate. Und das ist eine Mischung aus einer Stun-Granate und einem Molotow-Cocktail. Man hat hier eine große Explosion mit einem Stun-Effekt und die Granate hinterlässt dann ein bisschen Feuer. Zwei Streaks aus MV3 kommen auch rüber. Die sind dann verfügbar mit den Streaks, die wir gerade schon haben in Warzone. Und zwar der Guardian und die Moskito-Drohne. Dann gab es einige Waffenänderungen und wenn ich es richtig verstehe, sind das Änderungen, die in Warzone und in MV3 aktiv sind. Dann haben wir einmal die MTZ-556. Die sitzt schlecht aus der Hüfte. Dann gab es einen Bug bei der Bass B. Die hat anscheinend im Semi-Auto-Mode zu wenig Schaden gemacht bei Unterkörpertreffern und bei Arm- und Handtreffern. Das ist gefixt worden. Die Side-Winder, die visiert jetzt ein bisschen schneller an und hat ein bisschen weniger Rückstoß mit verschiedenen Läufen. Die Läufe seht ihr gerade im Hintergrund. Dann wurden drei MPs verbessert. Die Striker, die Striker 9 und die WSP Swarm. Bei der Striker ist es so, dass die schneller anvisiert und schneller bereit ist nach dem Sprinten. Und wenn man den Striker-Stubby-Lauf mitnimmt, dann kann man damit 9% schneller anvisieren. Bei der WSP Swarm wurde das gleiche gemacht. Also die visiert auch schneller an und ist nach dem Sprinten schneller bereit. Der Lauf ist jetzt hier nicht verfügbar, also da wurde nichts gemacht. Und die Striker 9, die visiert auch schneller an und ist nach dem Sprinten schneller bereit. Und hier gibt es den Striker-Lauf auch. Also hier kann man auch den Striker-Stubby-Lauf ausrüsten und kann damit dann 9% schneller anvisieren. Bei der Lockwood 680 wurde was geändert bei der taktischen Haltung. Die schießt jetzt da nicht mehr weniger Pellets. Also Shotguns, die schießen ja nicht einzelne Schüsse, sondern mehrere Schüsse gleichzeitig. Und diese Schussanzahl, die Pelletanzahl, die wurde reduziert in der taktischen Haltung und jetzt eben nicht mehr. Die MCW 6.8, die hatte eine kaputte Animation. Wenn man anvisiert und dabei das Conversion-Kit ausrüstet, damit die vollautomatisch schießt und das 60-Schuss-Magazin. Das Schild, das wurde auch verändert, das macht jetzt tatsächlich mehr Schaden. Statt 50, 75. Im Multiplayer kann man damit jetzt Leute mit 2 Hits killen statt mit 3 Hits. Allerdings ist das Schild jetzt schlechter, wenn man es am Rücken trägt. Also wenn man mit Overkill das Schild mitnimmt und eine andere Waffe und das Schild einfach auf dem Rücken packt, damit es da ein bisschen verteidigt, dann wird man jetzt 10% langsamer. Eine wirklich gute, eine wirklich wichtige Änderung. Und dann gab es einige Probleme mit Aufsätzen und wie man die freischaltet. Man hat manchmal Waffen hochgelevelt und eigentlich hätte man dann irgendwelche Aufsätze bekommen und die hat man nicht bekommen. Die musste man dann über die Waffenkammer freischalten. Solche Sachen. Und das sollte jetzt auch behoben sein. Dann kommen wir zum Multiplayer. Da gibt es jetzt eine Lebensanzeige unten links wie auch in Bodenkrieg. Und es gibt außerdem eine Anzeige, wie viel Energie man noch hat für den Sprint oder für den Taktik-Sprint. Also da kann man ein bisschen besser sehen, wann man Taktik sprinten kann, wie lange der braucht, um sich aufzuladen. Eine wirklich coole Ergänzung. Dann wurde die Lautstärke ein bisschen runtergedreht von Medaillen und Multi-Kill-Anzeigen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich mag den Sound schon grundsätzlich und ich mag die Anzeige auch, aber das war alles ein bisschen zu laut. Und gerade bei Videos von mir, wo ich dann zum Beispiel Gameplay im Hintergrund laufen lasse, wie dieses Video, hört man die Medaillen dann doch irgendwie manchmal ein bisschen nervig und ich musste den Sound weiter runterdrehen vom Gameplay, als ich das musste bei anderen Call of Duties. Also da bin ich froh, dass wir eine Änderung bekommen haben. Dann gab es eine Movement-Änderung innerhalb von MB3 und zwar gab es einen Konter gegen das Snaking. Snaking ist eine Funktion oder eine Movement-Möglichkeit, die man hat, wenn man irgendwo im Madglitch steht. Und zwar kann man ganz schnell immer wieder nach oben gucken und schauen, wo Gegner sind, während man selber kaum angehittet werden kann. Und das wird jetzt geändert, indem es einen kleinen Delay gibt, wenn man das zu oft macht. Wenn man das zu oft macht, dann gibt es einen Delay von Hocke zu stehen von 150 Millisekunden und vom Liegen zum Stehen von 600 Millisekunden. Das wurde aber alles in Zusammenarbeit mit der CDL gemacht. Also ich denke, da haben ein paar Pro-Spieler auf jeden Fall ihren Input gegeben und die meisten Call of Duty-Pros, die mögen dasselbe auch nicht so wirklich nicht. Also ich denke, es ist ganz gut, dass da eine Änderung kommt. Und Slashhammer Games hat dazu geschrieben, wir haben eine Verzögerung bei der Haltungsänderung eingeführt, um einen Movement-Exploit zu bekämpfen, der von vielen Spielern Snaking genannt wird. Wir beobachten die Auswirkungen dieser Änderung und werden gegebenenfalls auf Feedback reagieren. Also wie wir es kennen von Slashhammer Games, wenn jetzt zu viele Leute sagen, das ist Quatsch, da muss noch was gemacht werden, dann werden die das auch machen. Da bin ich mir sicher. Dann gab es den Back mit dem Wurfstern. Irgendwie konnte man dafür sorgen, dass man mit dem Wurfstern immer One-Hit-Kills gemacht hat, selbst wenn man keinen Headshot getroffen hat. Das wurde behoben. Man bekommt jetzt nur noch ein mobiles Schild über die Feldausrüstung. Also man kann nicht mehr mehrere Schilder stecken. Und das erste Schild, das verschwindet einfach, wenn man das zweite raushaut. Das Trophy-System, das macht jetzt nichts mehr gegen die Moskito-Drohne. Ich meine, das ist auch eine Streak, von daher verstehe ich schon, warum das Quatsch ist, wenn das Trophy-System da einfach was dagegen machen kann. Der Juggernaut hat mit einem Bug dafür gesorgt, dass man Waffen unendlich schießen konnte. Zum Beispiel einen Raketenwerfer. Also man musste keine Munition irgendwie nachladen, man konnte einfach die ganze Zeit schießen und das ist ein Bug, der auch behoben wurde. Und mit dem Präzisions-Airstrike war es irgendwie so, dass man bei der Aktivierung manchmal in der dritten Personansicht war und das sollte auch nicht mehr passieren. Was sagt ihr zum großen Update und was werdet ihr mehr spielen? Multiplayer oder Wozone? Lasst einen Kommentar da, lasst es mich wissen, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.